Wir hören die religiöse Stimmung, in welcher je darfst er gefühlt in Jinkieberg. Und das ist, ich glaube, das ist eine von der größten Chesrenes mit der Amerikaner, also gerufener modernen Orthodoxie ist, die intellektuell ist, die sehr entwickelt. Ich muss auch sagen, meine Talmide und meine Klasse, ein Name ist in London, in Jerusalem, in Zornale, aber in der Kreise Gruppe, sie haben es in London. Sie wollten gewöhnen, in London, in Jerusalem, in Mech. Wir haben hier, weil hier bin ich hier, guter Rebbe. Und also weiter hier, begegen der Sache, jeden, das ist ein Mitzwes, jeden, das ist ein Mitzwes. Aber wir haben hier 30 Jahre, in einem Feld, oder der Feier, oder die Islaves, oder die Gagoyim, oder die religiöse Stimmung. Was unsere Jäte sagt, haben wir auch schon in Kiefer, oder sehr ganz, ja. Was speziell auch schon in Kiefer. Die Mühle ist heint gedreht.